hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft mit devil und robin hi der devil und robin gerade angel stream machen wo seid ihr denn ab see ok ich kenne also ich bin ja schon ein bisschen herumgelaufen und an beiden seiten kommt ihr abgeholzt haben wir haben gedacht wird besorgt noch ein bisschen essen da wir keine tiere gefunden haben immer gedacht kommen wir haben wir angeln einfach fisch machen wir fisch weil schilder habe ich gebaut und ich weiß nicht ob wir noch mehr brauchen das nächste ist wir wissen ja nicht was du mir dann hast dann hätten wir dir jetzt ausrüstung noch gemacht mit spitzhacken und sowas ich sehe ihr habt mir eine neue angel zu geworfen ja gerade kurz eine praktische frage ja lässt du die eine folge jetzt so wie sie ist oder wie ist die ich halbier sie wahrscheinlich weil das muss ich war es nicht die haut mich nicht fragen dass ich bescheid was wegen sammels machen du meinst die 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 das was man immer zieht wenn wenn video online geht na ja da sind schon lustige wie er bilder da brauche ich hier steht scheiße meine ange ist kaputt möchte ich nicht sagen dass das verdient ist aber tobi jetzt wird zwar mit uns was hast du an an ausrüstung was brauchst du noch spitz sacke schaufel hammer eine auf die schnauze mit sacke habe ich eine wie viele eine okay der noch nicht während drei also ich hab drei nein ich habe vier sogar zwei da ist ein kinden fisch gestrandet schuld ja was denn da würde ich sagen wir gehen jetzt wieder zurück bauen die eine spitzhacken grill den fisch und dann gehen wir endlich in diese scheiß höhle ich wegen dieser höhle ja und tobi danke für den fisch schwarzer ich habe dich mit fisch in die anderen mit tobi vielleicht kann man ja noch er in der hölle auch wieder noch angeln tobi der schiff fahrer hei 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 aber nicht dass das boot kiel holt kentern tusch nein und finger weg vom vom anker ja was soll ich mit einem anker machen der jack sparrow nachspielen an kassi und dann so geiler war das war check wo das gemacht hat das war eine idee nein doch nein das war elizabeth zu dem zeitpunkt war direkt nicht mehr auf dem schiff wir reden gerade von dem ganz ich rede gerade von dem anderen teil von den teilen ich rede vom fünften ok und ich rede vom vom zweiten und ich vom fünften ja was kann ich dafür wenn du von von dem schlechteren teil redest laberst du das ist das scheiß teil erinnert erinnert nichts daran dass der fünfte trotzdem nicht so der fünfte ist einer der besten muss ich sagen im gegensatz zum vierten definitiv ja ok beim vierten stimme ich dir komplett zu das war ja bullshit der vierte ach ja tobi guck mal hier neben den diamanten feuerzeug ja da will ich wir haben vor wenn wir eine base haben chaos zu stiften vernichtung brennen brennen warum wundert mich das nicht weiß ich nicht du hast gefragt ich habe überhaupt nicht gefragt ich weiß aber wir haben eine zerstörung ja ich kann es kaum erwarten bis wir das ganze dorf ja abfackeln ein eimer mit lade haben wir auch noch dabei oh ja nein ich habe keine andere waffe nein ein bisschen vielleicht ein bisschen ein bisschen viel boah der will mit dreck in der hand probel mit dem schwert in der hand topi denkt sich für das devil es raucht schon bei ihm ach ja tobi reichen die die schilder hier links in der kiste ich bezweifle es so viel gemacht der bezweifelt es ja also allein bei dem was ich da so gesehen habe wo es da noch alles abgeht glaube ich nicht dass die reichen der will ich glaube wir hätten ihn vorhin anzünden sollen als wir noch die chance dazu hatten ok und warum hängt ein kugelfisch an der türe moderne kunst ja sehr schön finde ich auch genau deswegen tobi war es ja so stress kann das sein tobi ja guck der hat ein schwert in der hand ich habe gar nichts in der hand und bewaffnet ja pfeile wäre vielleicht auch noch also ich habe 20 pfeile das ist ich habe auch keinen bogen ja aber mehr kann man nicht machen wir brauchen federn dafür hier sind noch paar pfeile ich habe keinen bogen also von daher ja ich hätte einen bauen können ja tobi kannst jetzt mal aufhören auf dem bett zu springen aua vielleicht sollten wir noch äh schilder ach ja ja also jetzt keine keine weg markierer sondern ne ich weiß was sie schildern der baute ich ja immer der der fragt und ich weiß nicht wie es geht also von daher ja nehm mal das mit und das mit 1 2 und die nummer 2 die nummer 3 1 zu tender 1 für die kleine debbel ja ja dankeschön stock brauman das kann ich ablegen schilder wie viel fackeln haben wir überhaupt also ich habe hier ich habe 54 okay wir machen das so wie man den weg wieder gehen den wir laufen laufen und der abzweigung kommt schild hin oder wie macht man das ich habe keine ahnung wie er das letzte mal gemacht habe ja so praktisch im prinzip dann wenn es wenn man halt wenn es dann so sein könnte dass man nicht mal weiß wo man lang gehen müsste dass man dann da eins hingepackt hat halt ja aber abzweigungen oder auch wenn es zum beispiel so irgendwie versteckt irgendwo so ganz hoch geht oder so so ich hab jetzt auch noch ein paar wackels ähm okay aber wie es dann in der höhle aussieht oder weiter geht das seht ihr in der nächsten folge ich bedanke mich vielmals für zuschauen bis zum nächsten mal haut rein und ciao ciao Bis zum nächsten Mal.